Das alte Jahr ist schon wieder fast vorüber. Erstaunlich, wie schnell die Zeit verfliegt. Wir haben auch in diesem Jahr trotz aller Schwierigkeiten gemeinsam wieder viel auf die Beine gestellt. Herzlichen Dank für die spannenden Herausforderungen, ihr und euer Vertrauen und den freundschaftlichen Rückhalt. Die Juniorband, das Marsch & Drill Conigl und das gesamte Team vom SZO wollen mit einem Weihnachtsgruß unseren Familien, allen Partnern, Fans und Freunden unseren herzlichsten Dank für die angenehme Zusammenarbeit aussprechen. Vier Kerzen im Advent. Es brannten vier Kerzen am Adventskranz. Es war ganz schlimm. So schlimm, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte, ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden. Sie wollen mich nicht. Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz. Die zweite Kerze flackerte und sagte, ich heiße Glauben. Aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brinne. Ein Luftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze war aus. Leise und sehr traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich an die Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die sie liebhaben sollen. Und mit einem letzten Auflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. Da kam ein Kind in das Zimmer. Es schaute die Kerzen an und sagte, aber, aber, ihr sollt doch brennen und nicht aus sein. Und fast fing es zu weinen an. Da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort. Hab keine Angst. Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung. Mit einem Hölzchen nahm das Kind das Licht der Kerze und zündete die anderen Kerzen wieder an. Weißt du, was wirklich wichtig ist? Für den einen ist es der Ruhm und Geld. Für den anderen ist es der Beruf, der zählt. Nach Erfolg und Reichtum streben wir. Und doch vergessen wir uns selbst dabei. Es ist nicht das Materielle, das zählt. Auch nicht das Streben, sich immer wieder zu beweisen. Macht und Einfluss zu erreichen. Was noch hat uns so gemacht? Dass wir unsere Seele nicht mehr sehen. Uns oft selbst nicht mehr verstehen. Sag, wann hast du das letzte Mal einen Kuscheltag verbracht? Einen Tag alleine nur für dich. Mit deinen Wünschen allein. Geburten und zufrieden sein. Sitzen bei Kerzenschein und am Sternenhimmel. Die Seele baumeln lassen und einfach nur du selber sein. Weißt du, was wirklich wichtig ist? Das, was du fühlst. Das, was du willst. Gefühle zu geben und zu zeigen in dieser Welt, die nur aus materiellen Werten entsteht. Es ist nicht wichtig, welche Marke dein Fernseher hat. Und auch nicht, wie toll dein Auto ist. Wichtig ist, dass du lebst, so wie es dir gefällt. Zu lieben mit all seiner Kraft. Mit unendlicher Macht. Sich nicht aufgeben. Niemals ganz zu verlieren. Auch des anderen Herzens zu sehen. Ohne seines völlig zu verlieren. Offen zu sagen, was man fühlt, ohne dass man verletzt. Fehler einsehen, die man beging. Dazu stehen, wenn es falsch war, was man getan. Die Menschenwürde beachten, ohne sich selbst zu entmachten. Das ist es, was wirklich zählt, was uns zu Menschen macht. Habt ihr auch schon mal daran gedacht? Menschen wie ihr seid der Grund, warum wir unsere Aufgabe im Verein jeden Tag so gern tun. Wir danken Ihnen und Euch von Herzen für das Vertrauen in uns und die Treue, die wir auch im letzten Jahr wieder erfahren haben. Wir wünschen Ihnen und Euch ein wunderschönes und besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches Jahr 2022.